Oh, komm, 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 komm. Oh, oh. Crunch-Time. Psychospielchen neu sammeln. So, Kamada! Der ist wichtig! So, Leute, es ist soweit. Angekündigt habe ich den Thomas herausgefordert. Heute werden wir das wahr werden lassen. Ich habe mir den ersten Wettbewerb ausgedacht. Klar, sichere Bank für mich. Ich werde ihn gewinnen. Ich habe dazu diese Bodycams aufgetrieben. Ganz aufwendig war das, damit ihr ein bisschen was aus unserer Perspektive sehen könnt. Und habe die Jungs vom FCBTV natürlich genötigt, ein bisschen länger zu bleiben, als sie eigentlich wollten bei dem schönen Wetter. Und vor allem habe ich den Thomas mitgebracht. Und die erste Aufgabe für uns beide. Für ihn ist es schwierig, aber vorlesen kann. Hallo, Mats. Worum geht es denn? Guck es dir an. Es geht um Folgendes. Es geht um Distanzschüsse. Ich werde jetzt mal den Leuten die Regeln erklären. Du kannst ja dabei schon mal die Hütchen aufbauen. Auf 30, 35, 40, 45 und 50 Meter bitte. Also, Leute, es geht um Folgendes. Jeder Schütze hat fünf Schüsse. Eben aus folgenden Distanzen. Aus 30 Metern. 35, 40, 45 und 50 Meter. Also ein Schuss aus jeder Distanz. Bei 30 Metern gibt es bei erfolgreichem Versuch 30 Punkte. Und natürlich dann aus 50 Metern eben 50 Punkte. Es gibt noch eine Zusatzregel und das ist der Double Shot. Jeder Spieler darf einen Joker anwenden und dann zählt die Punktzahl doppelt, falls er den trifft. Deine Challenge. Ich bin gespannt. Ich suche mir den einfachsten aus zu anfangen. Den vermeintlich einfachsten. 30 Meter. 30 Meter. Genau meine Distanz aus dem Spiel. Da bin ich auf die Torkamera gespannt. So, was war der? Also, ich glaube nicht, dass er ganz hinter der Linie war. Kann ich mir nicht vorstellen. Leuchtet nicht. Super Auftakt. Also kein Tor. Ich habe euch gesagt, wenn ihr wollt, dass der andere daran glaubt, dann müsst ihr ihm so ein bisschen Hoffnung geben. Dann tut es noch mehr weh, wenn er verliert. Damals zu Jugendzeiten schon meine Lieblingsdistanz aus 35 Metern. Oh! Zu viel gefrühstückt. Ja. Joker muss ich anmelden. Joker muss man anmelden. Absolut. Ich nehme den jetzt als Joker. Gutes Gefühl bei dem. Nein! Oh ja! Seitlich daneben gibt es Abzüge. Das ist das Ärgerlichste von allen, wenn der daneben schießt. Oh, Joker weg. 40 Meter. So ein Treffer. Zu viel Kraft ist das doch! Ja komm, ich gehe auf die 50. Ich gehe aufs Ganze. Ja, Entschuldigung. Psychospielchen. Neu sammeln. Wie beim Golf. Schwung ansetzen. Ach komm, ich bin ein Blinder bin ich doch. Na, die 50 sind mir zu weit. Ich gehe erstmal auf die 45. Die Kamera weg da. Matzi Junge. Das ist genau deine Disziplin. Moll, du kriegst jetzt einmal hier aus meiner Sicht. Kannst mir beim Jubeln. Oh, der ist gut. Das glaube ich nicht. Ich rette mich. Das glaube ich nicht, dass es in diesem Spiel noch 0 zu 0 steht. Jetzt muss ich natürlich taktieren. Dass er nicht weiß, ich habe ihn bisher ein bisschen schnuppern lassen. Was passiert, wenn das Spiel 0-0 ausgeht? Dann müssen wir... Dann verprügeln wir die Kameramänner und werden das Videomaterial vernichten. Dann hat diese Challenge nie stattgefunden. Ja, souverän. Ja, der erste Treffer. Was war das jetzt? Ich habe es euch gesagt. 35. 35. Ich mache eine Ankündigung. Ich verwende meinen Joker an der 30. Das ist ein taktischer Kniff. Ah, Torkamera. Der ist wichtig. Der war drin. Der war drin. Danke. Der vierte Offizielle hat es entschieden. Da gehe ich ihm für los. Mein erster soll nicht drin gewesen sein. Der war drin. 60 zu 35. So sieht es aus. Du, dass wir uns das mal für den Hinterkopf behalten. Der Joker. Ja. Gut gesetzt. Ja, ja, ja. Jetzt komm. Komm, 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 komm. Oh, oh. Düsentrieb hier. Was der Mull nicht weiß, ist, ich habe die letzte Woche nur 5. 45 Meter Schüsse. Ha, ha. Stand. Die letzte. Genau. Ja, gut. Der Druck ist groß. Neue Herangehensweise. Nicht mehr unterschnitten. Ich versuche ihn. Versuche mal seitlich hier rein zu hauen. Ja. Meine Fresse, du. Jetzt habe ich noch den 50-Meter-Lachs hier. Crunch-Time. Crunch-Time. Ja, muss ich sagen. Chapeau. Aber, wie du weißt, habe ich letzte Woche ausschließlich. Schafft der Müller die Sensation? Keine 50-Meter-Appelle gespielt. Der ist hoch! Der ist hoch! Ja! Das klappt noch! Das ist ein Witz. Entschuldigung, muss ich sagen. Hut ab. War stark. Starke Performance. Bei der nächsten, die ich mir ausdenke, suche ich mir etwas aus, wo du ein bisschen mehr zuhause bist. Ein bisschen mehr dein Metier. Weißt du, damit das... Du weißt aber schon, dass ich finde der letzte, die da in die Latte geht. Ja, der war weit drüber. Ja, komm her doch auf, du. Das müssen wir nicht diskutieren. Ja, ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß wie ich in dem Fall. Und im nächsten Durchgang erwarte ich das gleiche Ergebnis. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, klickt hier. Oder abonniert unseren Kanal.